Sie selber haben gesagt, ja, wie weit kann sich ein Staat verschulden? Genau zitieren, genau zitieren, genau, genau. Herr Dr. Tauss, keine versteckten Insinuationen, wenn ich also zitiere, zitiere ich... Nicht insinuieren, sagen wir das nicht, wir haben den Stil bitte jetzt nicht gehalten. Nicht Schulmeistern, wenn ich... Ich Schulmeister, also nicht. Sie haben gesagt, ich soll genau zitieren. Ich habe noch nicht zitiert und Sie haben das schon vorausgesetzt, dass ich es nicht genau... Ich zitiere, genau, ich kann noch nicht das ganze Kapitel... Die nehmen die Problematik, nicht so zu reden.